Hallo zusammen, ich möchte euch begrüssen hier in Davos. Wir haben den Ausbildungsleiterkurs hier. Das ist unser Thema Lernen mit Bildern. Ein sehr spannendes Thema. Es geht eigentlich darum, dass wir mit Videos, mit Matel, mit Tablets, mit GoPros, mit Videokameren natürlich auch probierend die ganzen Sachen, die wir mit Bildern lernen können, dass wir mit den Gräbchen knüpfen können und dass wir auch anhand von diesen Bildern unsere Gäste, unsere Ausbildungsleiter, unsere Kandidaten auch weiterbringen können. Die Ausbildungsleiterkurs sind eigentlich dafür da, dass wir die Leute, die in der internen Ausbildung in ihren Schulen arbeiten, die ausbilden können. Und das ist sicher ein sehr wichtiger Teil für uns, dass man auch die Qualität steigern kann. Das heisst, die Ausbildungsleiter nicht nur hier etwas lernen, was sie nachher nicht mehr weitergibt, sondern sie gehen zurück an die Skischule, zeigen ihren Lehrern, was sie dort mit ihren Gästen machen können. Und die Lehrer, die in der Skischule arbeiten, bringen das natürlich dann auch weiter an ihre Gäste. Und das ist für uns, für die Ausbildung von Swiss No Sport sicher, ein sehr wichtiger Teil. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch sehr gute Leute haben, die die Ausbildungsleiterkurs jeweils können. Wir wünschen euch einen ganz guten Winter, eine schöne Zeit und wir wünschen uns jetzt nur noch sehr viel Schnee und dann kann der Winter starten. Tschau zusammen, merci.